Ein starkes Wir Mini stellt sich sonst immer der niederschmetternden Ambivalenz des Lebens. Sie zieht sich vor dem Absurden nicht zurück. Sie nimmt keine Schmerzmittel, glaubt nicht an Gott und backt keine Kekse, obwohl sie Angst hat wie alle anderen auch. Normalerweise. Dieses Jahr war in vieler Hinsicht anders. Wegen der Pandemie sind Urlaube und Konferenzen ausgefallen. Menschen haben sich anpassen müssen. Miki und Mini besuchen Mikis Eltern in einer österreichischen Kleinstadt, wo zur Zeit ihrer Ankunft schon Schnee auf den Dächern liegt und Sterne, Engel und Tannenbäume auf hochwertigem Papier gezeichnet werden. Damit sie an die eigenen Nachbarn und die wenigen Touristinnen als Postkarten verkauft werden. Der Vorweihnachtsmarkt ist voll. Alles duftet, sagt eine begeisterte Person am Glühweinstand. Tatsächlich riecht Mini übertriebene Mengen an Zimt in allen Produkten. Mini, das passt gut, das ist fein, sagt Miki, um seiner Freundin die lokale Sprechweise zu demonstrieren. Gut, versucht Mini, gut, 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 gut. Sie muss noch viel üben, bis das richtig rüberkommt. Später in einer Marktbaracke. Mini wird in die lokalen Bräuche eingebunden. Sie gestaltet Postkarten. In Frage kommen Sterne, Tannenbäume und Engel. Aber Mini zeichnet einen Hund. Als eine der Frauen, mit denen Mini bastelt, bemerkt, was Mini gemacht hat, lächelt sie falsch und angespannt und sagt, es gehört ganz schön viel Mut dazu, einen Hund auf eine Weihnachtskarte zu zeichnen. Und dann friert der Frau die entsprechende Mine für den Rest des Abends im Gesicht ein. Mini nimmt das alles nicht persönlich. Sie versucht zu verstehen, worum es überhaupt geht. Später, nachdem die Bastelgruppe alles geordnet und gefaltet und einen richtigen Platz gebracht und eingepackt und das Licht ausgeschaltet hat, gehen die Bastlerinnen und auch Mini ins Kleinstadtcafé und bestellen einen Kleinstadtpunsch. Mini kostet und hört sofort eine Erleuchtung. Sie denkt, dass sie endlich verstanden hat und daher sagt sie, ganz schön mutig einen Punsch ohne Zucker zu servieren. Es ist Anfang Dezember, in der Ferne hört man Glocken, Miki erklärt Mini den nächsten lokalen Brauch. Männer verkleiden sich als Monster, ihre Masken heißen Larven, kosten mehrere tausend Euro und werden sorgfältig angefertigt. Mini lernt Folgendes über diese gefährlichen Wesen und auf eine gewisse Art ist das, was sie lernt, wirklich nichts Neues für sie. Sie muss aufpassen, von den verkleideten Männern nicht geschlagen oder vergewaltigt und von ihren riesigen Accessoires nicht am Kopf getroffen zu werden. Sie muss aber auch dauernd auf diese Wesen aufpassen, weil sie zugleich gewalttätig und zerbrechlich sind. Wenn so ein Monster auf seine Glocke fällt, bricht es sich den Rücken. Man darf es nicht an seiner Lache ziehen, nicht nur, weil diese so teuer ist, sondern auch, weil sein Kopf mit der Maske viel länger ist, was zu einem Hebeleffekt und schließlich zum Genickbruch führen kann. Tja, sagt Mini, ich bin gespannt. Die Glocken kündigen die Monster an. Es ist schwer zu sagen, ob sie von der linken oder von der rechten Seite kommen. Micky und Mini gruseln sich und sind froh, dass es etwas zu erleben gibt in der kleinen Stadt. Sie haben Spaß. Sie kommen von links, sagt Mini. Auf einmal springt ein haariges Unwesen ohne Glocke von hinten auf Micky und wirft ihn zu Boden. Mini quiekt, sie ist nicht sicher, was sie denken soll. Das Monster umarmt Micky und lässt ihn lange nicht los. Micky und das Monster wälzen sich auf dem vereisten Boden. Wer bist du, was willst du von mir, sagt Micky. Mini hat das Gefühl, dass diese Situation den Rahmen des Brauchs sprengt. Ist das immer so, fragt sie. Micky wehrt sich erfolglos und es ist ein Wunder, dass die beiden sich noch nichts gebrochen haben. Mini will eingreifen, muss aber aufpassen, dass sie dem Monster keine Verletzungen zufügt. Sie schafft es nicht, sich sinnvoll einzumischen. Micky schreit, bist du verknallt in mir oder was? Als wäre es mit kaltem Wasser überschüttet worden, zuckt das Monster zusammen, gibt einen unheimlichen Laut von sich und läuft weg. Immer wieder rutscht es auf dem eisigen Boden aus, aber es will nicht entlarvt werden. Es läuft und läuft und läuft. Micky schüttet sich den Schnee von der Jacke und sagt zu Mini, frage mich schon seit Jahren, wer das ist. Später stehen sie wieder auf dem Hauptplatz und studieren den riesigen Adventkalender, als ein alter Mann in einer langen, goldenen Pelerine auftaucht und Mini fragt, ob sie ein braves Mädchen war. Mini kommt es übergriffig vor. Verpiss dich, du creep, schreit sie ihm ins Gesicht und dreht sich weg. Gleich darauf erfährt sie zu ihrem Bedauern, dass der Mann nur verkleidet ist und ebenfalls zum Brauch mit den Monstern gehört, deshalb entschuldigt sie sich. Mein Fehler, sagt sie, ich dachte, du bist ein orthodoxer Priester. Die Kleinstadt, in der Micky aufgewachsen ist, hat Schnee auf den Dächern, Autos und Parkplätzen, LED-Lichter auf den Gartenpflanzen und überhaupt LED-Lichter, Girlanden auf allem, was umrandet werden kann. Es gibt Häuser und einen McDonalds, Supermärkte, ein Kino und ein Schwimmbad. Alles wirkt wie aus Marzipan. Die Kleinstadt hat Generationen von Fernsehsüchtigen, die bei Programmausfall in eine tiefe Krise geraten und TouristInnen, die alles süß finden. Neun von zehn BewohnerInnen der Kleinstadt würden Mini als Touristin identifizieren, aber Mini ist keine Touristin. Sie ist am nächsten Tag beim Keksebacken auf dem Bauernhof von Mickis ausgedehnter Familie dabei, einer sehr einheimischen Angelegenheit. Sie ist aufgeregt, weil sie noch nie auf einem Bauernhof war und sie ist ein wenig stolz, dass sie teilnimmt. Von Anfang an war Micky dagegen, dass Mini zum Bauernhof mitkommt. Er hat seiner Familie gegenüber behauptet, dass er und seine Freundin Pläne hätten, obwohl sie keine hatten. Unter Druck hat er dann nachgegeben. Sei vorsichtig, sagt er nur noch zu Mini, bevor sie das Haus betreten. Diese Leute sind Dampfwalzen, sie versuchen die ganze Welt auf ein Niveau glatt zu bügeln. Mini nimmt es sportlich, sie ist es gewohnt, anders zu sein. Sie ist entspannt und komplementiert die Gastgeber für ihre schönen Schafe, die sie im Stall gesehen hat. Die Schafe sind so sauber und weiß, als wären sie mit Staubzucker bestreut. Micky wird dann vom Onkel gegen seinen Willen in ein Gespräch über Hausrenovierung verwickelt und die beiden verlassen den Raum. In der Kochstube lächelt Mini die drei anwesenden Frauen freundlich an. Solche Gesichtshaut hat Mini in ihrem Stadtleben noch nie gesehen. Die roten Backen lassen die Frauen gesund und frisch aussehen, während Mini ihr Leben lang mit Blässe und Eisenmangel kämpft. Herrlich, denkt sie, ich möchte auch so werden. Bevor sie den Gedanken fertig denken kann, kommt eine von den Frauen mit einer Schürze zu ihr und sagt, zieh das an zum Backen. Zumindest schließt Mini aus dem Kontext, dass sie das sagt. Beim Keksebacken ist Mini völlig nutzlos und beobachtet nur, wie die Frauen ernst und konzentriert große Mengen an Teig vorbereiten. Sie versucht die Stimmung zu heben und macht Vorschläge. Wir könnten Buchstabenkekse machen und dann etwas mit ihnen schreiben, sagt sie. Sie schätzt ihren Vorschlag als langweilig und moderat und daher passend für diese Situation ein, aber die einzige Reaktion, die sie bekommt, sind irritierte Blicke. Ist es nicht langweilig, immer Sterne und Engel zu machen, fragt Mini. Sie versucht ihren Platz beim Keksebacken und in der Welt zu finden. Eine der Frauen sagt langsam, damit Mini versteht. Für uns ist das Schirn, dass es das jedes Jahr gibt. So eine Traditionen, das ist was Schirnes, die ich dürfte und Kekse muss verstehen, das ist, was uns ausmacht. Da wissen wir dann, wer und was wir sein. Aha, sagt Mini, was ihr seid. Mini mustert die Frauen. Als eine einen Finger im Teig verliert und sich aus dem Teig sofort einen neuen modelliert, kneift Mini die Augenlider zusammen. Was ihr seid, sagt sie noch einmal. Sie ist aufgeregt, versucht aber sich nichts anmerken zu lassen, alles kommt zusammen. Am Anfang hat sie sich nichts dabei gedacht, als sie tatsächlich gesehen hat, wie eine der Frauen sich ein Stückchen Teigmasse an die Hüfte geklebt und es geglättet hat, bis der Teig unsichtbar geworden und mit ihrer Haut verschmolzen ist. Und die Bretteljause hatte eine ungewöhnliche Konsistenz und hat nach Marzipan geschmeckt. Deshalb ist eure Haut so glänzend und glatt wie bei glasierten Kipfeln. Deshalb waren die Schafe mit Staubzucker bestreut, sagt sie. Die Frauen lassen den Teig stehen und klatschen ihre Hände vom Mehlstaub ab. Ihr seid Kekse, verdammte Kekse, sagt Mini und läuft hinaus in den Garten. Ein Hund, der genau wie derjenige aussieht, den sie auf ihrer Postkarte gezeichnet hat, läuft ihr nach und attackiert sie, er beißt sie in die Wade, die Zähne bohren sich ins Fleisch und das Innere wird sichtbar. Erdbeerssoße läuft ihr aus der Wade auf den frisch geschlagenen Schnee. Jetzt checkt sie auch, warum man nur Sterne, Engel und nette Sachen auf die Postkarten zeichnen soll. Alpenhexerei, sagt sie. Trotzdem. Nächstes Jahr wird sie versuchen, eine einheimischen Karte für den Skilift zu erwerben. Und dann. Und dann. Untertitelung.